Babypuppen Oh, hallo Freunde. Ich richte hier eine Spielzeugecke ein. Heute muss ich auf ein Crybaby aufpassen. Ah, ich glaube, da ist es. Das sind aber viele Babys. Mal schauen, wie viele es sind. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, weint doch nicht. Schaut mal, wir haben hier doch so schöne Spielsachen. Ein gelber Ball, ein rosafarbener Ring, ein blauer Ring. Schau mal, und das ist ein grüner Ring. Ein blaues Boot, ein rotes Boot. Da läuft doch Wasser. Oh, oh, oh. Ach gut, hier ist nichts passiert. Ach, weint doch nicht. Oh je, Mimimim. Das Wasser läuft auch. Na, komm her. Na, ihr seid mir jetzt zwei Frechdachse. Wo sind denn die anderen? Sie sind im Garten. Ah, hab ich dich. Mensch, das ist doch gefährlich. Auf fünf Babys gleichzeitig aufzupassen, ist gar nicht so einfach. Ach, aber ich weiß, was ich mache. Bleib hier, du kleiner Ausreißer. Gleich können sie nicht mehr abhauen. Ja, wo? Na also. Spielt ihr hier schön? Und ich gehe und mache eure Fläschchen warm. Tschüss. Tschüss. Tschüss.